Das kommende Album von Amigos trägt den Titel Best of. Das Album erscheint voraussichtlich am 20. Januar über das Label Telamo. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.